moin moin leute und ein kräftiges moin moin hinterher ich habe hier nochmal ein neues zum Beispiel Tom's Clancy, Ghost Recon, Backdown oder Backpoint, muss auch richtig ausspielen das habe ich mir mal geholt, auf 45 GB, PS4, und ja, es ist schon ein, mal gucken, da ist bestimmt kein anderer dabei, wenn überhaupt, wenn überhaupt irgendwas dabei ist, ist es Werbung, guck mal kurz rein, wie hier so ein Code ist, nö, es ist nur Werbung, das sieht von vorne so aus, von hinten so, und von der Seite so, ja, ist aber 18, und, ist die Peggy Version, und pro 45 GB für eine Person online bis zu 2 bis 8, so, da gibt es nicht mehr viel zu sagen, ich wollte eigentlich nur zeigen, dass ich das Spiel mal geholt habe, und jetzt heißt es nur noch, haut rein meine Leute, bleibt mir gewogen, weitere Informationen unter dem Video, und haut rein, bis denne, und auf wiedersehen, Abo und Glocke nicht verlassen, alles kostenlos, und jetzt. Vielen Dank.